Hallo, im heutigen Video werde ich euch erzählen, wie ich es in die Selbstständigkeit geschafft habe. Ja, also wie habe ich es in die Selbstständigkeit geschafft? Ich muss gleich vorwegnehmen, mein Weg war definitiv nicht geradeaus. Also bei mir war es sehr kurvenreich und auch sehr holprig. Und gerade auch deshalb habe ich diesen Kanal ins Leben gerufen, um Kollegen, die den gleichen Weg gehen wollen wie ich, also die auch in die Selbstständigkeit gehen wollen und sich für diesen Schritt entschieden haben, um ihnen einfach das Leben leichter zu machen, um auf Fehler hinzuweisen, die ich selber gemacht habe. Und ja, wie gesagt, wir werden in den nächsten Videos sehr, sehr viele Themen ansprechen, sehr, sehr viele Probleme in der Selbstständigkeit und natürlich auch sehr viele Vorteile, über die wir reden wollen. Also jetzt, mein Weg war erstmal mit vielen Umwegen verbunden. Und zwar, ich war von 1998 bis 2003, war ich Fernfahrer, also Lkw-Fahrer im Fernverkehr tätig, und zwar EU-weit. Ich war damals sogar, ja, oft monatelang in Lkw unterwegs. Das waren halt noch komplett andere Zeiten als heute. Und ja, eigentlich die letzten zwei Jahre habe ich nur darauf hingespart, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich muss dazu natürlich sagen, wie gesagt, früher waren einfach ganz andere Zeiten, man konnte viel mehr verdienen. Man hat zwar viel mehr gearbeitet, konnte aber auch viel mehr verdienen. Und ja, so habe ich einfach 2003 den Schluss gefasst, zu kündigen und bin dann zurück nach Kroatien. Also ich komme aus Kroatien und habe dort dann meine Baufirma gegründet. Also ich war erstmal, ich bin nämlich gelernter Bautechniker. Ich war erstmal sehr, sehr erfolgreich im Baugewerbe tätig. Und ja, später habe ich angefangen mit Autos zu handeln. Ich war auch in der Gastronomie tätig, aber nicht so erfolgreich, oder besser gesagt, überhaupt nicht erfolgreich. Und ja, vor knapp neun Jahren habe ich dann meinen Großhandel gestartet, also mit einem Freund von mir. Und wir haben angefangen, Fleisch von Deutschland nach Kroatien zu importieren und ja, halt an die Kunden auch weiter zu vertreiben. Dann kam immer mehr das Problem, dass wir einfach in der Saison keine LKWs hatten, die uns das Fleisch nach Kroatien bringen konnten. Weil aus Kroatien gibt es raus eigentlich keinen Export. Und deswegen waren die LKWs entweder wirklich brutalst teuer oder es gab überhaupt keine. Und da habe ich mich entschlossen, wo wir in die EU gekommen sind, also es war 2014, glaube ich. Habe ich mich entschlossen, einen eigenen Kühlsattel zu nehmen und zwar zu mieten. Und einen Fahrer einzustellen und einfach es ein bisschen zu versuchen. Ja, und so wurden eigentlich Kontakte geknüpft und ja, ich bin zwar am Anfang gleich eigentlich an eine sehr schlechte Spedition oder an ein ganz schlechtes Beispiel gestoßen. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist im Endeffekt. Und zwar haben die mich gefragt, ob ich für die festfahren will. Dann habe ich auch schon Kontakte geknüpft mit Speditionen, die mein Fleisch importiert haben nach Kroatien. Da habe ich schon dieses Problem gelöst. Und ja, das ging eigentlich Schlag auf Schlag. Und dann war ich wirklich in sechs, sieben Monaten von einem auf vier Kühlsattelzügen mit fünf Fahrern. Und ja, dann kamen die ersten Probleme. Also wo die zwei letzten LKWs bestellt waren, kamen die ersten Probleme. Und zwar gingen auf einmal die Preise runter. Die Kilometer gingen von 15.000, 14.000, 15.000 im Monat auf einmal auf 11.000, 12.000. Ich muss dazu sagen, wir sind damals im 2.1 Betrieb gefahren. Also zwei Wochen ist mein Fahrer gefahren. Dann geht er für eine Woche nach Hause. Also hat der LKW keine 45 Stunden Pause machen müssen. Sondern musste jede zweite Woche nur 24 Stunden stehen. Und das war natürlich, so hatten wir eigentlich die Möglichkeit, dass wir wirklich komplett legal 14.000, 15.000 Kilometer fahren. Und wie gesagt, auf einmal über Nacht ist das alles schlechter geworden. Also die Dieselpreise sind runter. Ich habe erstmal gehofft, dass das eigentlich gut für mich ist. Und dann ging eigentlich alles runter. Und die Preise und alles ist runtergegangen. Dann kam das ganze Embargo mit Russland. Und dann kommen auf einmal auf den ganzen EU-Markt LKWs, die eigentlich nur Russland gefahren sind. Man muss sich einfach auch vorstellen, was das für Zahlen sind. Diese ganzen LKWs sind auf einmal jetzt hier bei uns in der EU. Und die fahren einfach für gar nichts. Man kann wirklich sagen, für gar nichts. Und ja, da stand ich auf einmal vor einer Wand, kann man sagen. Und die Frage war, hörst du mit dem Ganzen hier auf? Gibst du die LKWs zurück? Oder ziehst du das Ding durch? Ich habe mich entschieden, das Ding durchzuziehen. Also ich habe meinen Großhandel wirklich an meinen Freund weitergegeben. Meine Frau führt den auch. Und von meiner Frau, der Bruder. Also ich habe wirklich die ganze Familie in das reingesetzt. Und habe mich einfach 100% den LKWs gewidmet. Und ja, das hat sich auch bezahlt gemacht. Und zwar ging es relativ schnell. Habe ich einen LKW geschafft, bei einer sehr guten Spedition unterzubringen. Also ich fahre jetzt im Moment für zwei Speditionen mit meinen vier LKWs. Mit denen ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Die Namen will ich jetzt und darf noch nicht nennen. Eventuell, also wenn ich mit denen gesprochen habe, vielleicht sagen die, okay, kannst du in deinen Videos erwähnen. Dann werde ich es auf jeden Fall machen. Und ja, mit dem einen LKW ging es dann wirklich bergauf. Also die Dispo, super Kontakt mit der Dispo. Die Kilometerzahlen haben gestimmt. Also sogar über dem, was wir vereinbart haben. Der Preis war wirklich immer der, den wir auch vereinbart haben. Und ja, also wie gesagt, es hat einfach, ging mit dem einen LKW bergauf. Und es gab mir natürlich auch den Anspruch zu sagen, ja, da gibt es immer noch Speditionen, wo man für dies lohnt sich zu arbeiten. Leider, diese eine Spedition hatte nur für diesen einen LKW Platz. Also für keine weiteren. Und ja, da war ich halt auf der Suche. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, zig E-Mails rausgeschickt. Und dann bin ich auf die zweite Spedition gestoßen. Habe erstmal praktisch probeweise bei denen zwei Monate gearbeitet, also gefahren mit einem LKW. Und vor knapp zwei Monaten sind dann auch die anderen zwei LKWs bei denen rein. Also ich habe jetzt wirklich alle vier LKWs sehr gut untergebracht. Und ich fühle mich jetzt eigentlich wirklich wohl. Also ich habe einen ganz guten Kontakt mit der Firma, mit der Dispo. Die Zahlung stimmt, ist wirklich punktgenau. Also an dem Tag, wie es vereinbart ist. Die Preise stimmen, die Kilometer stimmen. Also wir tun natürlich auch unser Bestes, dass es auch immer passt, dass die Termine passen. Und die Dispo macht da auch wirklich super ihren Job. Und jetzt hier auch an die Jungs, wirklich klasse Job. Vielen Dank nochmal. Auf jeden Fall habe ich den Entschluss getroffen, nach zweieinhalb Jahren endlich meine eigenen LKWs zu kaufen. Ich habe jetzt zwei neue Scania bestellt mit zwei Kühlauflegern von Schmitz. Und ich werde jetzt langsam erstmal meinen Fuhrpark nicht erweitern, sondern ich will erstmal jetzt die Miet-LKWs zurückgeben. Und ja, mit eigenen LKWs weiterfahren. Ja, das war eigentlich so meine Geschichte, wie ich in die Selbstständigkeit gekommen bin. Und ich kann nur dazu sagen, ich habe es definitiv bis heute nicht bereut. Es gab zwar Tage, wo ich wirklich dachte, brauchst du das Ganze im Leben? Muss das so sein? Also jetzt nicht nur im Transportgeschäft, auch in den anderen Firmen. Aber irgendwie, wenn man das Ganze, den Schlussstrich praktisch zieht, kann man sagen, ja, alles in allem hat es gepasst. Und es hat sich wirklich gelohnt, Zähne zu zeigen und zu beißen und einfach zu sagen, komm, da musst du jetzt durch. Das passt schon. Und ja, wie gesagt, in meinem Fall hat es auch gepasst. Und ich bin da wirklich sehr froh drüber. Und ich kann es eigentlich nur jedem raten. Versucht, wenn ihr auf alles aufpasst, könnt ihr wirklich das Risiko so weit minimieren, dass man so gut, ja, man kann eigentlich sagen, dass es praktisch fast risikolos ist. Wenn man eigentlich aber, wie ich, einfach schnurstracks reingeht in dieses Geschäft und denkt, ich weiß alles, dann kommt man einfach nicht weiter. Das ist, oder man kommt nicht weit. Ja, wie gesagt, in den nächsten Videos werden wir auf jeden Fall noch verschiedene Themen angehen. Ich hoffe, das Ganze hier gefällt euch sehr. Würde mich deshalb auch darüber freuen, wenn ihr das Ganze liked. Wenn ihr es auch mit euren Freunden teilt. Und bitte unten kommentieren. Ich will einfach mal hören, was ihr so zu sagen habt. Was ihr für Fragen an mich habt. Und was ich noch eventuell verbessern kann in dem Ganzen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.